Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Mr. WeHelp. Heute mit einem weiteren kleinen Photoshop-Tutorial. Und zwar möchte ich euch heute zeigen, wie man selbstgeschossene Bilder, die so eine leichte Unschärfe noch drin haben, auch noch nachteilig schärfen kann. Und das natürlich nicht mit einem einfachen Filter, wie zum Beispiel hier unter Filter Scharfzeichnungsfilter oder irgend sowas, sondern natürlich mit einem sehr viel exzellenteren Filter, sagen wir mal so, mit dem man das sehr gut machen kann. Und ja, kleiner Vorher-Nach-Effekt kann man hier ganz gut demonstrieren an diesem Baum hier. Der hat, ich zoome mal gerade heran, hat leichte Unschärfen drinne und die kann man, also wirklich sehr leicht, wenn ihr sie nicht seht, auch kein Problem. Werdet ihr dann beim Nachmachen sehen können. Diese Unschärfen können wir eben hier entfernen. Hier habe ich eben eine Ebene erstellt und die blende ich gerade mal ein. Und dann sieht man schon, die Konturen sind sehr viel klarer geworden. Wenn ihr es jetzt nicht seht, dann stellt mal auf Vollbild, dann solltet ihr es sehen können. Und ja, das wollen wir jetzt gleich mal nachbauen. Ist super einfach, seht ihr auch an der Länge des Videos. Ist wirklich kein großer Akt. Gut, dann entferne ich gerade mal diese Ebene. Das Hintergrundbild stelle ich übrigens mal einfach zum Download bereit. Wer Lust hat, kann es jetzt gerne downloaden und dann auch entsprechend verwenden. Gut, fangen wir an. Also, wir haben jetzt hier eine Hintergrundebene. Klar, die braucht man immer, damit irgendein Bild, was man eben dann verwässern möchte. Dann drücken wir einmal STRG J und dadurch wird eben diese Ebene dupliziert. Und wir haben zwei Ebenen, die eigentlich erstmal das Gleiche beinhalten. Auf die obere Ebene legen wir allerdings jetzt einen Filter und zwar den Filter, der unter sonstigen Filter zu finden ist, Hochpassfilter. Dieser Filter, werdet ihr euch jetzt vielleicht wundern, dieser Filter reduziert das Ganze irgendwie auf die Grautöne. Und zwar gibt es hier unterschiedliche Radien, die wir auswählen können. Je größer der Radius ist, desto mehr Farben sehen wir dann auch. Aber wir wollen die Farben überhaupt nicht sehen. Wir wollen das wirklich auf das Graue reduzieren. Also auf helleres Grau und dunkles Grau vielleicht so ungefähr. Eben diese Konturen. Und ja, dann wählen wir einen relativ kleinen Radius aus und bestätigen es einfach mit OK. Und jetzt sehen wir natürlich nur Grau in Grau. Klar, will ja kein Mensch. Und wie wir das einfach ändern können, ist, indem wir den Ebenenstil hier verändern. Es bietet sich an, ineinander kopieren. Weiches Licht oder hartes Licht. Manchmal klappt sogar auch strahlendes Licht und lineares Licht ist schon etwas übertrieben teilweise. Da sieht man dann schon, dass es nachbearbeitet ist und das soll man ja eigentlich nicht. Deswegen empfehle ich höchstens strahlendes Licht. Aber hartes Licht geht generell ziemlich gut. Und dann können wir nochmal an den Baum gucken, wie es jetzt aussieht. Und tatsächlich ist es auch hier wieder, hat es einen sehr schönen Effekt. Vor allem im rausgesumten sieht man dann, ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber ich sehe es hier auf jeden Fall. Werdet ihr dann, wie gesagt, auch wieder sehen. Hat es einen Effekt, der ist eigentlich unscheinbar, wenn man eben nicht den direkten Vergleich hat. Aber verbessert das Bild wirklich um einiges. Gut, dann soweit es zu dem Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte euch damit helfen. Wenn ja, wisst ihr, was zu tun ist, bewerten, kommentieren und so weiter. Würde ich mich darüber freuen. Ansonsten klickt einfach weiter und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, bis dahin. Euer MST-Werb.